Boah! Komm, weiter geht's. Mach die Tür bloß zu, ey. Ist ja nix. Ach so, hier hängt Salami von der Decke. Okay. Ja, gut. Ist halt neuerdings so. Da hängt die Salami einfach mal in der Bibliothek von der Decke. Da hängt schon noch eine Salami. Ich hoffe, es ist hier eine Salami. Ach, hier ist noch eine. Was haben wir hier? Okay, nix. Oh, wie geht's dir? Herr Kopflose Salami. Guten Tag, ja. Oh, wie geht's dir? 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 Das kann ich ja nicht hören Da ist er wieder hinter der Story Der geht nicht in meine Richtung Das ist gut Wo lang Hier lang Nee Hier ist so dunkel Mach leicht Mach Licht Was soll denn da jetzt? Oh nein Ich will rennen Da komm ich auch nicht durch Muss ich mir hier jetzt echt hier durchziehen Du! Du Arschgesicht! Ah! Du kleines Arschgesicht Wer bist denn du? Wer bist du? Ja, wer bist du? Wer bist du? Boah! Boah! Ach! Wer warst du? Ach! Doch Die aus den Nervenarm benutze den Sicherheits-Terminal den Haupteingang zu finden Okay Wo werden die denn? Ja gut Ähm Nicht nur du mit Nicht nur du mit Oh Die Salami ist ein bisschen geplatzt Ja Ja Ich würde sagen Die Lass ich ihn jetzt mal so stehen Oh! Hallo! Herr Officer! Oh! Okay! Gut! Ähm Nee! Nee! Gut! Gehen wir Kann ich die Akte nehmen? Ja! Klar kann ich die nehmen! Okay! Aber hier ist auch eine Salami! Was ist mit der denn los? Hallo! Hallo! Aber wie springt der denn? Voll schwul! Hallo! Hallo! Ich weiß gar nicht wo ich hin muss Ähm Da geh ich nicht lang Da ist mir zu gruselig Boah! Ach! Scherben! Kann man die nehmen zum Kämpfen oder was? Äh Verschlossen Ähm Anmachen Hier ist nichts Okay Da muss ich natürlich den gruseligen Weg gehen War ja klar, oder? Ähm карame consolidation In Ach, gut So kann man natürlich auch einen Arm entsorgen Joa. Ach, ach, hier, auf der Geputzstürme. Die Geputzfrau ist auch sehr ordentlich, die stellt das einfach neben die Toilette. Ja, das ist super. Können die selber machen. Was haben wir hier? Ähm, aber ich muss dazu sagen, das ist mein erstes Horrorspiel, also überhaupt, glaube ich, Spiele. Ach, hallo. Sieh, Sir. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut. Ja. Aufnahme Nummer 1. Hier baumelt was rum. Was gehört nicht so. Das ist ein Mann, der ist Fliegenbeschwörer. Ja. Der mag es. Was ne Sauerei. Da kann man jetzt nix mehr drauf spielen. Ne. Schlamperei. Schlamperei. So. Oh, geh ich zurück? Ja, ich geh zurück. Security. Man. Security. Wo ist denn jetzt hier? Hallo? Oh, oh, oh. Guten Tag. Ich will hier nur das haben. Und ich suche so einen Schlüssel. Weißt du, was da drüber... Oh, dein Kopf steht nicht richtig rum. Was ist mit dir denn passiert? Ist da noch einer? Noch ein Notiz? Scheiß Buch. So. Weiße. Bescheid. Ähm. Was haben wir denn hier? Ich kann jetzt irgendwie was öffnen. Oh. Oh. Wo, 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 wo. Wo war das? Ich kann was öffnen. Was! Wo war das? Wo, 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 wo haben wir es? Wo müssen wir sterben? Wo müssen wir sterben? Ja, geh mir hier auf den Sack. Wo ist denn jetzt Security? Ah, ich hab vielleicht eine Idee. Könnte der Heines ja die haben. Da liegt doch was. Ach gut, geh ich mal hier lang. Komm, wir wechseln mal eben die Batterie bevor der sich einscheißt. Hier liegt was. Eine Batterie. Okay. Da geht's nicht weiter. Da ist nur ein Sofa, okay. Komm ich nicht durch. Sonst wenn ich jetzt einfach in meine andere Richtung gehe, dann komm ich auch nicht durch. Oder komm ich hier durch? Nein. Okay. Ich befürchte. Ich muss hier runter. Ne, ich darf hier nicht runter. Okay. Ähm. Hopp. Yes, gut. Du hast doch bestimmt den Schlüssel, ey. Hier muss doch irgendwann eine Schlüssel nehmen. Naja, mach mir. Fick dich. Kann die ja nur hier sein. Irgendwann komm ich ja hin. Ähm. Hilfe. Mach auf. Vorher. Awieren ist noch nie. Na achei. Okay. Jetzt geht и Tür. CC